Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute wollen wir mal der Frage nachgehen, warum du deinen Jahreskurs bislang nicht nachbereitest, respektive vielleicht nicht so intensiv nachbereitest, wie du es dir selbst von dir wünschen würdest. Solltest du schon nachbereiten, auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Super, behalte dir das unbedingt bei. Das ist sicherlich einer der größten Hebel, um die Inhalte wirklich zu verinnerlichen, um sie dann eben auch in der Klausur richtig anwenden zu können. Also, den Grund, den ich euch heute vorstellen möchte, ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe dafür, dass du eben nicht in die Nachbereitung kommst, neben der hohen Arbeitsbelastung sicherlich. Schauen wir mal, was ich hier am Whiteboard vorbereitet habe. Viel Spaß mit dem heutigen Video. So, schauen wir uns das Ganze näher an. Und zwar habe ich hier schon mal so einen klassischen Kursverlauf angezeichnet. Das heißt, wir haben den Samstag, wo du deinen Kurs hast und die verschiedenen Themen, meistens über so roundabout acht Stunden am Samstag durchgehst, respektive hier im Unterricht dann behandelt. Und jetzt haben wir sozusagen die Vorwoche hier auf der linken Seite und die Woche danach. Die Woche danach ist klassischerweise dafür gedacht, eigentlich nachzubereiten. Jetzt ist es so, dass die meisten, je nachdem wie frisch du in dem Thema drin bist, wie viel Vorwissen du mitbringst, ich sage mal, relativ viele Dinge nicht sofort auf Anlieb verstehst, weil das Tempo in den Kursen meistens auch sehr, sehr hoch ist. Je nachdem, um welchen Themenbereich es sich gerade handelt und wie gut du eben aufgrund deiner Vorbildung, deines Vorwissens dort vorbereitet bist. Und weil du eben viele Punkte nicht vernünftig oder nicht in der Tiefe aufnimmst, teilweise auch Themenzusammenhänge nicht richtig begreifst, werden die Fragezeichen sicherlich rein quantitativ, aber auch qualitativ sehr groß sein. Das heißt, du hast einmal viele Fragezeichen, weil du eben nicht viel mitgenommen hast in dem Samstagskurs, eben weil du zu viele oder zu wenig Vorwissen hattest, kann man so, glaube ich, zusammenfassen. Und auch qualitativ, wenn du irgendwie ganze Themenblöcke nicht mehr nachempfinden kannst am Samstag, weil du den Einstieg schon verpasst hast, rein ausgrund deines Vorwissens, wie gesagt, aber auch vielleicht am Mittag bist du mittagstief. Das kann verschiedene Ursachen haben, warum du gewisse Themenzusammenhänge hier nicht hundertprozentig mitbekommen hast. Wenn du aber dieses Problem hast, dann werden die Fragezeichen eben auch nicht mehr punktuell sein, sondern wirklich schon ganze Unterteilbereiche umfassen. Und dann führt das zu folgenden Problemen. Wir sehen hier viele Fragezeichen für die Woche danach, wenig Zeit aufgrund der Arbeitsbelastung. Und das führt so ein Stück weit jetzt alles zum Thema der Prokrastination. Das heißt, du beginnst so eine Art Aufschieberitis zu entwickeln, weil du nicht so richtig weißt, wo setze ich jetzt an. Du hast jetzt nicht ein oder zwei Punkte, wo du wirklich punktuell ansetzen könntest in der Nachbereitung, sondern du hast eine ganze Liste von offenen Fragen. Du weißt teilweise gar nicht, wie du jetzt an das Thema rangehen sollst, was du nicht verstanden hast aus dem Samstagskurs. Und weil der Berg einfach so groß ist, verlierst du die Übersicht, den Überblick und beginnst so eine Aufschieberitis, weil du eben, du willst eigentlich, aber du weißt nicht wie, du weißt nicht was. Und dadurch kommst du eben nicht so richtig ins Handeln. Das ist bei vielen so ein Stück weit die Überforderung. Und das sollte man natürlich schnellstmöglich hinter sich lassen, weil umso größer die Lücken hier werden. Man hat nicht die Zeit, auch alles in der Freistellung aufzuarbeiten. Und das ist auch nicht empfehlenswert, wie ich in den anderen Videos auch hoffentlich schon deutlich machen konnte. Was können wir nun tun, um dieses Problem so ein Stück weit oder das Problem zu umgehen? Ganz klar aus meiner Sicht Thema der Vorbereitung. Und zwar ist es so, dass wir durch eine gute Vorbereitung, durch eine systematische Vorbereitung in der Lage sind, hier die Themenzusammenhänge deutlich besser aufzunehmen. Das heißt, du verstehst mehr Themenzusammenhänge im Samstagskurs. Du hast weniger Fragen, du kannst dir die Fragen aber auch besser beantworten, weil du sozusagen ein anderes Fundament mitbringst dann im Rahmen der Nachbereitung, weil du dich hier schon mit beschäftigt hast, einen Überblick gewinnst. Dann sozusagen die inhaltlichen Punkte andocken kannst und nicht so wie ein Sieb bist, wo alles durchläuft, weil du es zum ersten Mal hörst. Dadurch werden die Fragezeichen eben kleiner. Respektive du bist so im Thema drin, dass du dir auch durch den Überblick viel besser selber helfen kannst. Und natürlich ist es jetzt nicht irgendeine Art von Vorbereitung, sondern du musst da natürlich ein System haben. Eine gezielte Vorbereitung, auch wenn du kein Vorwissen mitbringst, was kannst du jetzt sozusagen im Rahmen dessen machen, um die Themen, die am Samstag dann anstehen, punktuell und optimalerweise vorzubereiten. Und genau so ein System ist natürlich auch empfehlenswert für die Nachbereitung, dass du nicht erst lange überlegen musst, wie mache ich jetzt das, welches Thema behandle ich wie, sondern dass du natürlich da eine Struktur für dich hast und genau weißt, okay, das Problem löse ich so und das Problem löse ich so. Das heißt, eine systematische Vorbereitung, eine systematische Nachbereitung und das verhindert eben dann aus meiner Sicht größtenteils diesen Reflex des Aufschiebens, weil du nicht mehr in der Überforderung drin bist, sondern ein Fahrwasser hast, Rückenwind und genau weißt, wie du die Probleme angehen möchtest. Es liegt sicherlich nicht an deiner Motivation, sondern leichter gesagt eben an dieser stückweisen Überforderung, weil das teilweise je nach Fache, je nach Tempo sehr schwierig und anspruchsvoll ist. Das ist ja auch keine Sache, die man sich jetzt nicht eingestehen mag, sondern das ist bei vielen einfach der Fakt, dass das Tempo teilweise eben zu hoch ist im Samstagskurs und dann muss man eben durch einen systematischen Ansatz eben in der Vorbereitung und in der Nachbereitung dem entgegnen, damit man diese Lücken hier nicht aufbaut, sondern dass du die Themen wirklich Stück für Stück verinnerlichst. Dann bringen dir auch deine Klausuren natürlich was, weil du mit dem Thema arbeiten kannst und eben nicht den Berg, wie ich immer so schön sage, noch größer werden lässt. Ich hoffe, dass dieser Tipp dir weiterhilft. Solltest du Fragen haben, insbesondere zur systematischen Vorbereitung, wie geht man das konkret an, um sich eben gezielt auf die einzelnen Themen vorzubereiten, aber auch, wie man sozusagen die Fragezeichen hier schon am Samstag klar identifizieren kann und dann ein System findet, wie man die Stück für Stück abarbeitet und gezielt angeht im Rahmen der Nachbereitung, dann melde dich gerne bei uns oder schreib eine Frage in die Kommentare. Ich versuche da immer möglichst zeitnah zu antworten. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, dein Malu.